Hallo Internet, hier ist wieder Beckenzack für euch und willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play und zwar dem Let's Play zu Mario Maker. Für die von euch, die es nicht wissen, was Mario Maker ist, Mario Maker ist ein neues Spiel von Nintendo für die Wii U und im Prinzip ist es nur ein, naja, was heißt nur, also es ist ein Level Editor für Super Mario und dort kann man halt seine eigenen Mario Levels bauen und diese dann halt ins Internet stellen, sodass eine große Community entsteht, die sich gegenseitig Mario Level baut und die dann gegeneinander miteinander spielt. So, ich habe mir jetzt schon mal ein paar Level rausgesucht für euch, die, wie Google mir verraten hat, wohl gar nicht mal so schlecht sein wollen und ich habe sie wirklich bisher jetzt noch nicht gespielt, ich habe sie mir nur runtergeladen und ihr seid jetzt dabei, wenn ich diese paar Level zuerst einmal teste. Okay, Fischodrom, legen wir mal los, ich bin gespannt. Ist sogar von, ach, Nils, Deutschland, ich könnte mir vorstellen, ach ja stimmt, das ist glaube ich der gute Nils von Rocket Beans. Ja, natürlich. Gut, das muss man halt vorher wissen, sowas. Alter. Okay, ich glaube ich darf hier absolute Nullzeit verschwenden. Ich versuche mir direkt die Boxing. Ja, wenn man es schnell machen möchte, dann, ja. Dann geht es meistens um die Hose, also. Ich komme jetzt hier mit einem Pilz, der mir nichts bringt, weil ich sofort tot bin. Ah, das ist sogar ein Hammerwerfer auf der Wolke, das ist noch nicht mal ein normaler Lakitu. Oh Gott. Oh, das ist alles, oh Gott, das ist so schnell. Okay, ruhig bleiben. Klopp, klopp. Ah, Mist. Also, wenn ich es schaffe, oben den Hammerwerfer auf der Wolke auszuschalten, dann kann ich definitiv die Wolke benutzen, um voranzukommen hier. Ah, dieser verdammte Hammer. Denn ich weiß jetzt schon, wenn ich das nicht mache, sehe ich hier wenig Chancen, überhaupt irgendwie weiterzukommen. Denn wenn mich diese ganzen Kugelwillis verfolgen, die auch noch zielsuchend sind, dann weiß ich nicht, wie ich sonst da auf die andere Seite kommen soll. Vielleicht sollte ich erst versuchen, mir den Pilz zu holen, damit ich einmal... Natürlich, er wirft sie, die Hammer, äh, die Hammer natürlich nach oben. Und wenn ich da bin, so jetzt, 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 nein, ah, fuck, scheiße, ah, 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 okay, wir haben auf jeden Fall aber schon mal eine andere Ecke des Levels gesehen. Ah, ich brauche diesen Pilz, wenn ich diesen Pilz habe, dann kann ich auf jeden Fall einen Treffer von so einer Hammer... Wow, nein, wow, na, ah, ich bin auch ein alter Klapperklaus hier. So, jetzt aber. Mir egal, mir egal, mir egal, mir egal. So. Fuck you all, bitches! I'm the king of the... Wow. Wow, nein! Nein! Scheiße! Krieg's? Nein! Ich hätte vorher schon springen müssen. Scheiße! Oh mein Gott, ich lebe noch! Haha, zu früh gefreut! Okay, ich muss mich konzentrieren. Ich muss mich einfach konzentrieren. Was war das denn jetzt? Gib mir doch den Pilz, Mann! Ach, Mann! Scheiße! Ach, Mann! Scheiße! Ich dachte, ich dachte, das wäre eine Wand! Ich dachte, das wäre eine Wand! Und hier kommt ein Stern raus! Und hier kommt ein Stern raus! Nein! Ich... Ach, was war los? Ach, ich muss dann mit dem Stern in die Stacheln springen und die Stacheln quasi als Stufen benutzen. Ja, das würde auch funktionieren, wenn ich nicht so dumm wäre und da direkt unterfallen würde. Fuck you, fuck you, fuck you! Bleib doch hier, du! Ah! Dieser scheiß Asi verpisst sich aber auch von mir! Ich sehe nichts! Ich sehe nichts! Stern! Sofort! Stern! Stern! Du Wie seien Sie heute mal? Nein! Nein! Ich war zu langsam! Ah! Stern, bitte. Du musst mich beeilen. Nein! Scheiße, ich hab die Stufe verpasst. Nein, nein, nein! Ah! Fick dich doch! Ah! Ich bin aber auch scheiße dumm. Ja, natürlich. Mann. Meine Herren, das ist wirklich nicht von schlechten Eltern, dieses Level. Ist das heftig hier. Ich habe schon ein bisschen Bammel da vor dem, was dann da wahrscheinlich gleich darauf nicht warten wird. Äh, hallo? Ah! Stern! Da darf keiner jetzt dieses Mal falsch springen. Wenn ich das einmal mache, war es das. Reiche Zeit nicht. Nein! 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 Ah! Fick dich doch! Stern, Stern! Ja! Fick dich! Nein! 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 Alter! Fuck! Ey, das gibt es doch nicht. Dann habe ich es geschafft, ja? Und dann tötet mich dieser scheiß Feuerstick. Vor allem, ich habe gerade mal so ein bisschen nach rechts geguckt. Ihr habt das vielleicht schon getan, weil ihr nicht ganz so konzentriert seid wie ich jetzt. Aber selbst wenn ich es schaffe, an den Maulwürfen vorbeizukommen, dann warten da zwei Röhren mit feuerspuckenden Pyranas und ich weiß nicht, wie ich daran vorbeikommen soll. Boah, ich bin sogar noch groß! Oh mein fucking Gott. Jetzt darf ich es nicht verkacken. Das könnte jetzt... Schnell, schnell, schnell. Stern, danke. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das könnte sein, ich könnte es schaffen, ich kann es schaffen. Was? Nein! Leck mich doch am Arsch! Ich kann da unten, ich kann da unten lang, ja, wenn ich renne und ducke, aber da achte ich doch vorher nicht drauf. Ich esse gleich den Controller hier. So, ich habe jetzt gerade gemerkt, dass ich anscheinend auch mit einem Sprung so hoch springen kann und ich muss gar nicht um die Ecke springen. Fuck you all! Fuck you all! Was wollt ihr von mir? Fuck you all! So, jetzt nicht verkacken. Okay. So, jetzt aber. Motherfucker. Nein! 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 Ah! Fick dich. So. Oh mein Gott. Warum habe ich das getan? Ah. Ja. 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 Fickt euch. Nein. Das gibt doch nicht. Ah. Okay. 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 Ich bin so weit wie noch. Nein. Nein. Blanker Hass. Blanker Hass. Ah. Das gibt's doch nicht. Ihr habt keine Ahnung, was für ein Adrenalin-Rush das gerade war, so weit zu sein. Nur um dann doch wieder zu verkacken. Nein. Fickt euch alle. Fickt euch alle. Fickt euch alle. So. Okay. Was? Hä? Hä? Ich bin so ein dummes Stück Scheiße. Ich bin so mächtig. Oh mein Gott, ein Pilz. Holy shit. Und eine Blume. Fuck you all. Fuck you all. Fuck you all, bitches. Ich bin so mächtig. Okay, was ist das jetzt? Ach nein. 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 Ich bin so dumm. Aaaaaah. Ha. Fuck you. Mir kann keiner was. So. Danke für den Pilz. Luma. Oh nein, ich hab den, die Feuerbogen verloren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Nein. Oh nein. Nein. Jetzt hab ich's komplett verkackt hier. Nein, 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 nein. Hahaha. Fuck. Aaaaaah. Oh, ich krieg doch am Arsch. Hey, das ist... Dieser Sprung. Dieser scheiß Sprung. Jetzt hab ich's gut. Ruheber. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020